Eis essen Oh nein, was ist das denn für eine lange Schlange? Da waren wir wohl nicht die einzigen, die heute Eis essen wollen. Ja, wahrscheinlich. Oh man, Mama, wie lange müssen wir hier denn jetzt warten? Keine Ahnung, Lena, aber das kann dauern. Oh Mann, ist das doof. Guck mal, Mama, vor uns ist ja Lisa. Stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hallo, Lena. Hallo, Lisa. Wollt ihr auch Eis essen? Na klar, was denkst du denn? Sagt mal, wie lange wartet ihr denn hier eigentlich schon? Also bestimmt schon eine Viertelstunde. Meine Güte, ist das eine lange Schlange. Da können wir aber noch lang warten. Lena, wollen wir so lange was spielen? Oh ja, gute Idee. Mama, wir gehen spielen. Ja, ist gut. Was könnten wir denn spielen, Lena? Ich hab jetzt auch keine Idee. Wartet auf mich, ich will auch mitspielen. Oh Mann, Anna, was machst du denn schon wieder hier? Lisa und ich wollen alleine spielen. Ach Lena, sei doch nicht so. Doch, immer will sie mitmachen, wenn wir zusammen sind. Das nervt echt. Lass mich doch mitspielen. Bitte. Komm, Lena, wir spielen alle drei was zusammen. Mann, das nervt aber mittlerweile echt. Von mir aus, Anna. Beim nächsten Mal wollen wir mal alleine spielen, okay? Ja, okay, versprochen. Gut, dann darfst du mitspielen. Und was wollen wir jetzt spielen? Anna, hast du eine Idee? Nö, ich hab keine Idee. Wie wär's denn, wenn wir Fang spielen? Eine gute Idee, Lisa. Das machen wir. Okay, Lena, du fängst an. Alles klar. Okay, ich komme. Hab dich. Oh Mann. Hab dich. Oh Mann. Ich komme. Du kriegst mich nicht. Da kommt sie. Ich hab euch gleich. Du bist viel zu langsam, Anna. Stimmt gar nicht. Du kriegst mich nicht. Mano. Schaut mal, so langsam werden's weniger. Jetzt sind wir bestimmt bald dran. Ich komme. Anna, jetzt macht's langsam keinen Spaß mehr. Du bist einfach zu langsam. Bin ich nicht. Spiel doch alleine weiter. Ich hab keine Lust mehr. Ist sie immer so gleich zickig? Ja, voll. Aber jetzt können wir immerhin was alleine spielen. Ja, das stimmt. Hast du schon die Hausaufgaben gemacht? Ja, hab ich. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Also ich hab das eigentlich gar nicht so verstanden. Ich fand's eigentlich gar nicht so schwer. Hm. Ich kann dir ja helfen, Lisa. Ja, das wär echt nett, Lena. Ich kann ja morgen zu dir kommen, Lisa. Und dann helfe ich dir. Das ist echt nett, Lena. Das machen wir. Okay. Schau mal, Lena. Wir sind gleich dran. Ja gut, lass uns schnell hingehen. Ah, das seid ihr ja. Was wollt ihr denn? Also ich will Schokomama. Und ich will Erdbeer. Im Becher oder in der Waffel? In der Waffel. Ich auch. Alles klar. Mit euch rede ich nie wieder. Jetzt schmoll halt nicht, Anna. Du warst einfach zu langsam. Das ist halt so. Ja, wir sind außerdem schon viel älter wie du. Das ist trotzdem gemein. Mit euch rede ich nicht mehr. Hm. Mann, das ist so typisch für dich, Anna. Es ist immer dasselbe mit Anna. Hm. Das Eis ist so lecker. Ja, das stimmt. Mein schmeckt mir auch sehr gut. Hm. Ist das lecker. Hm. Das Eis ist wirklich sehr fein. Mir schmeckt es auch. Und auf einmal ist gar keine Schlange mehr da. Ja, da hätten wir einfach bloß eher kommen müssen. Hm. Mir schmeckt es auch sehr gut. Bist du auch fertig, Lisa? Ja, komm. Wir reden noch ein bisschen. Alles klar. Das machen wir. Was machen eigentlich deine Geschwister, Lisa? Sie haben schon echt viel dazugelernt. Oma passt jetzt gerade auf sie auf. Und können sie schon stehen? Ein bisschen. Das ist doch toll. Ja, sie haben schon echt viel gelernt. Und ich hab sie alle so gern. Ja, sie sind echt alle niedlich. Aber bestimmt auch anstrengend. Oh ja, das kannst du laut sagen. Ich bin fertig, Mama. Ist okay, Anna. Ich geh spielen. Ja, okay. Schau mal, da kommt Anna. Hm. Hm. Redet ihr wieder mit mir? Bitte. Du wolltest doch mit uns nicht mehr reden. Hm. Ich war sauer. Aber mir ist langweilig. Spielen wir was? Nee, Anna. Wir wollen es nicht spielen. Wir wollen einfach nur reden. Wie es große Mädels eben so machen. Okay. Komm, Lena. Sie kann doch mitreden. Na, von mir aus. Ja, bitte. Okay. Sind wir jetzt wieder Freunde? Ja, okay, Anna. Schwestern für immer. Super. Kinder. Ja, Mama. Wir wollen nach Hause. Ja, wir kommen gleich. Meinst du, Lena, ich kann noch ein bisschen mit zu dir? Ja, klar. Bestimmt. Super. Wir wollen nach Hause, Kinder. Kann Lisa mit zu uns kommen, Mama? Ja, natürlich. Aber zuerst wollen wir uns von den Zuschauern verabschieden. Okay, Mama. Hallo, Playmobi-Fans. Wir würden uns freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann gebt uns doch dafür einen Daumen nach oben. Abonniert doch auch bitte unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist natürlich kostenlos. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Unter Familie Hauser Strich Familie Oberbeck. Darüber freuen wir uns sehr. Und wir sagen Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.